hallo liebe leute willkommen bei der lektion bremstechnik beim online coaching für mountain bike und e-mountain bike fans ja natürlich wer brems verliert sagt man ich würde eher sagen wer brems gewinnt gewinnt mehr spaß und mehr sicherheit mountain bikes und e-mountain bikes haben sehr bissige scheibenbremsen das hat viele vorteile kann aber gerade für anfänger und anfängerinnen auch nachteile haben wenn typische fehler gemacht werden und deswegen jetzt erstmal ein paar basics dazu in form an informationen und natürlich übungen und tipps wie ihr das ins blut bekommt wir da wirklich richtig gute bremser werden der springende punkt beim bremsen ist dass die meisten von euch als kind fahrradfahren gelernt haben und da gab es seilzug bremsen wo man entweder gar nicht gebremst hat oder mit allen fingern volles rohr das heißt es war so ein richter entweder auf oder zu es war kein dosiertes schleifendes entspanntes bremsen so wie es heute mit einem finger an den scheibenbremsen möglich ist ein finger am bremshebel hat man halt damit die anderen finger im griff sind damit man ob die bahn halt hat und man hat genug kraft und viel gefühl mit dem zeigefinger man muss sich jetzt quasi dieses dosierte schleifen der bremsen angewöhnen dafür möchte ich ein paar übungen zeigen und trotzdem noch mal zur theorie wichtig ist beide bremsen sind sehr wichtig oft wird aber die vordere bremsen zu wenig benutzt weil leute angst haben über lenker zu gehen zum beispiel wenn man jedoch sehr viel hinten und nur ganz wenig vorne bremst dann kriegt man im gelände schnell die rechnung mit einem rutschen hinterrad und kontrollverlust was hin und her wedelt was die wege kaputt machen deswegen ganz wichtig auch die vorderbremse ist sehr wichtig und beide sollte man in der regel so verwenden dass sie nicht abrupt blockieren sondern dass man so sieht gefühlt bremst gefühlvoll bremst und manchmal natürlich auch stark in die eisen geht aber auch das mit gefühl macht man kann wirklich auch mal neben sein fahrrad gehen um erste erfahrungen damit zu sammeln wie ist denn eigentlich dieses gefühl weg von diesem auf zu auf zu hin zu dem schleifen eine mögliche übung man geht neben den fahrrad lässt beide bremsen schleifen und guckt mal wann fängen sind an zu blockieren wann fängt das hinterrad an zu blockieren und dann wieder weniger das ist nicht ganz blockiert und man ist vorne was passiert dann wenn das ganz blockiert kann man mit beiden bremsen machen dann ist natürlich kann man sich auch noch mal isoliert machen eine totale interessante übungen für leute die die vorderbremse noch mehr im griff haben wollen geht mit mountainbike als auch mit e-mountainbike die bremse ziehen schritten nach vorne gehen das hinterrad hochholen gerade arme sattel am körper abgestützt und dann kann man jetzt die bremse schleifen lassen und merkt dann kann man wirklich noch gefühlvoll schleifen bremsen oder hat man noch den modus es wackelt ist zuckelt im laufe der übung merkt man schon wie sehr es besser geht und das sollte man dann auch im trail fahren im gelände abrufen können man muss aber wirklich viel bewusst üben aus fahrtechnik kursen und fahrtechnik videos kennt ihr jetzt die nächste übung die man auch wieder in verschiedenen varianten machen kann dass die sogenannte zielbremsung eigentlich geht es auch dabei darum einmal zu gucken wie kann man diese dosierte bremsen anwenden gerade wenn man so einen schönen festen schotterweg hat kriegt man direkt das feedback vom boden ob man immer noch eine rutschspur gezogen hat bei einer abrupten bremsung oder ob man wirklich on point gebremst hat zum beispiel kann man sich zwei hütchen hinlegen oder seine jacke je nachdem die handschuhe und oder ob man wirklich ohne rutschspur oder mit rutschspur und das da brauchen wir nicht mal ein video man merkt sofort ob es gut geklappt hat dabei ist es wichtig dass man natürlich die kräfte die einen bei der bremsung wenn das rad stehen bleibt nach vorne schieben wollen entgegen stemmt mit viel muskelkraft sich dabei auch dynamisch eine tiefere haltung geht je nach dynamik bewegung und so weiter und so fort manchmal so ein bisschen nach unten hinten und ihr werdet merken das macht auf jeden fall total sinn gegen zu halten fersen hängen dabei und ja dann kann man sich an tasten händen sehen legen und das kannst du auch mal im trail üben oder auch wechseln in untergründen ganz wichtig ist dabei die gleichzeitigkeit also bremsung und gleichzeitig die bewegung nach unten oder nach unten hinten je nach ausprägung die man sehr dynamisch durchführt weil ich habe schon oft leute gesehen die schon so ein bisschen so hingen und als er gebremst haben sind sie doch noch nach vorne geschoben worden das muss wirklich gleichzeitig kommen auch da könnt ihr variieren könnt es mit balance übung danach zum beispiel zum stillstand kommen und dann weiter kleine paddle kicks machen sowas geht und guckt wirklich dass ihr das richtig gut im blut habt dass ihr perfekte bremser sein man braucht natürlich auch etwas zeit um wirklich dieses finger spitzengefühl für die bremsen zu optimieren und oft ist die frage wenn jemand zu so einem stressbremsen neigt also ist der trail wird steiler technischer auf einmal kommt wieder dieses auf zu auf zu die zuckel bremsen was dann so einen kleinen teufelskreis verursacht mit rutschen rädern kontrollverlust und so weiter das muss man dann wirklich bewusst umlernen und sieht man kann zb subvokale methode anwenden und dann immer sagen schleifen schleifen dosiert dosiert oder man macht sich einen kleinen hashtag sticker auf den lenker und dann ist natürlich klar bei sehr langen abfahrten können die bremsen heiß werden die bremsscheiben und das ganze system kann auch kollabieren deswegen immer wieder auch mal die bremsen öffnen wenn man so ganz extrem lange abfahrten hat und nicht in so einem dauerbremsen was manchmal bei kurzen passagen nicht anders geht aber wenn es geht zwischendurch immer wieder öffnen um eine überhitzung zu vermeiden liebe leute macht es doch bitte so dass ihr diese lektionen jetzt nimmt und sagt auch beim bremsen kann man wirklich noch mal üben in einem fahrtechnik kurs würdet ihr das ja auch mitmachen mit den anderen in der gruppe macht es auch zu hause setzt euch kleine challenges kurze bremswege ohne rutsch spur steigertes tempo wie lange könnt ihr schaffen noch wirklich total kurzen bremsweg zu haben also dinge und fahrt möglichst viele verschiedene untergründe wenn ihr im wald unterwegs seid um auch da ein bremsgefühl zu bekommen und zu wissen wo sind die eigenen grenzen der bremsen und unter eigenen fähigkeiten ja dann würde ich sagen break break und ab geht's bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017